Also, vielleicht haben wir Kurzeiten hier ein bisschen geschehen, aber die Klinge auch ein bisschen schneller über die Bahn. Die Klinge, die Klinge, die Klinge! Die Klinge, die Klinge! Die Klinge, die Klinge, die Klinge! Die Klinge, die Klinge, die Klinge, die Klinge! Das ist der... Klinge, die Klinge! Hol'n! Floating finish! Die Rudometer sind schon mal nicht dabei! 90 Meter! 94! Habe ich jetzt noch nie so viel! Frage auch, als ich habe auch so ungefähr ausgefüllt! Ja, ich hatte 131, ne? Du hattest 131! Hier auch! Hier! Hier! Ja, 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 ja! Habe ich jetzt noch mal! Oh! Oh, 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 oh! Juhu, oh, 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 oh! Wirklich? Also ich sag mal, hier kommt die Anzeige, hier hat irgendjemand direkt angemeldet, die gewünschte Schmerz auch. Gleich raucht es hier in der Arena. Ja, der Smoking Devil hat seinen Namen nicht von ungefähr.